Wenn ich jetzt weitergehe, kann es teuer werden. Aber wieso? Der Raps blüht in diesem Jahr sehr früh und das sieht an vielen Orten in Stadt und Landkreis richtig, richtig toll aus. So toll sogar, dass man am liebsten Fotos davon machen würde. Aber Vorsicht! Das kann heikel werden, denn ein Rapsfeld zu betreten ist schlicht und einfach verboten. Was du beachten musst, damit deine Rapsfotos nicht wegen eines möglichen Bußgeldes unvergesslich bleiben und was aus einem besonderen Angebot aus dem Landkreis aus dem vergangenen Jahr geworden ist, das liest du im Artikel im Link in unserer Bio.